Alter, der grüne Puck bewegt sich keinen Millimeter, jetzt bewegt er sich. Na komm. Da wunderst du dich, dass ich dir alle Gegner klaue. Oh Gott. Ich bin da, ich bin da. Keine Sorge, du bist sicher. Jetzt bin ich in Gefahr. Pass auf, bleib hier oben, bleib hier oben, werd dann unsichtbar und spring dann weg, dann haben wir die, können wir die da so stehen lassen. Alter. Hilf dir doch mal, wo bist du denn? Ich hab mir das Polymerbündel eingesammelt. Schön. Ich musste mich schon wieder unsichtbar machen. Da, mach mal da hinten den giftigen Typen Platz. Wo denn? Die giftigen Typen haben nämlich manchmal geile Mods parat. Du meinst die Hunde? Nein, die giftigen. Wo ist denn da einer? Ich hab ihn schon getötet. Bis du kommst, ist er schon dreimal gestorben. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, sag ich ja, bis du kommst, ist er dreimal tot. Wir haben's gleich geschafft, komm, schnell, beeil dich. Alter, er libt nur Schaden auf jeden Fall 100%. Über 100%. Wir sind beide einmal verreckt. Ja. Nicht nur einmal. Ähm, du, ich nur einmal. Was laber ich? Nein, du bist mehrmals, du bist dreimal. Einmal komplett verreckt. Ja, einmal komplett. LOL. Da kommt das Ding hoch. Was erlaubt es sich? Pass auf die Stirn. Ja, ach was. Geh. Was heißt hier gehen? Wohin? Nach unten. Toll, jetzt sterbe ich schon wieder was. Cool. Wurzeln wie Springer. Der Springer hat mich da gerade weggehauen. LOL. Pass auf, schon wieder so ein Gifts, Digga. Nein, ich bin tot. Kann ich dich heilen, wenn du weggehst. Da muss ich den. Oh, toll, du verkackst. Das ist gerade brutal. Toll, jetzt sterbe ich auch noch. Na komm, 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 lad doch. Ja. Und ich muss da an. Ich muss da an. Das ist mir noch Arsch. Ich hasse diese Dinge. Nein, geh dich in die Rauchwolke rein. Da stirbst du sonst. Sollen wir da sonst weiterkommen? Warte, wir müssen hinter uns. Wir müssen hier lang. Oh, scheiße. Jetzt bin ich hier lang gegangen. LOL. Cool, da knurrt irgendwas. Ja, das ist auch der Hund. Der Wauwau. Oh, cool, jetzt komm ich erst mal raus. Da war gerade eine unsichtbare Mauer. Ach so. Ja, alter, wie viele Feinde sind hier. Siehst du das auch auf der Minimap? Ähm, nee, den Loki-Mauer habe ich gar nicht reingemacht. Äh, nur mal so, sind wir gerade um den Kreis gelaufen? Das kommt mir hier ihre bekannt vor. Du hast gesagt, folge dem. Komm her. Komm her und hilf mir. Sein Kleinfeld weg. Komm her und helf weg. Komm her und helf weg. Komm her und helf weg. Kommst du jetzt mal? Wir müssen uns mal beeilen. Kommst du hier mal her? Gut, ich komme ja schon. Hier ist gerade ein Epic Fight. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, kann ich nicht sagen. Was, die sind alle tot. Bis du kommst, sind sie alle weg. Nein, jetzt bin ich in den giftigen Typen reingelaufen. Und in die Rauchwolke rein, ich Idiot. Boah, scheiß, ich habe nur noch 28 Schuss. Ich habe noch zwei Schuss. Lol, oh Gott. Wir müssen dann irgendwie Energie gucken, ob wir die Energie herkriegen. Alter. Oh Gott. Die Hunde springen mir hier weg. Die verwöhren mir gerade Katze Maus. Gift, Gift, ich habe nur eine Pistole. Nein, nein. Da ist Pistol Mod. Dafür lohnt es es nicht zu sterben für den Pistole Mod. Wo denn? Nicht hier bei mir, da vorne irgendwo. Aber wir müssen uns erst mal um diesen scheiß giftigen Typen kümmern. Hier liegt noch ein Mod. Komm zurück, hier ist Warframe Mod. Ja. Oh Gott, der kommt noch nicht. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Scheiße. Die Hunde. Oh Junge, das sind vegetarische Hunde. Oder Alien. Alien Dog. Wir sind alle hässlich. Warte, darf ich mal kurz ein Medikit nehmen? So, habe ich. Mal kurz nicht verrecken. Nee, ich will ausnahmsweise nicht verrecken. Wo ist denn? Hier, komm her, komm her zu mir. Oh, Lato, okay. Echt, warum? Oh Mann. Alter, das bekommt mir hier sau bekannt vor. Nein! Oh Gott, ein Ultraheiler und so Gifttypen. Scheiße. Auf, Tim, äh, auf meiner Map, äh, tut sich nur in gelb zeigen, wo man was kohlen kann. Zum Beispiel offener Dings oder... Nein, bei mir ist es gelbe Ausrufezeichen, aber Kopfschroh. Nein, nein, das gelbe, gelbe Pünktchen, die zeigen an, wo Lagerbehälter sind. Alter, ich habe gar kein gelbes Pünktchen. Ja, weil du den Mod nicht reingemacht hast. Ich habe zum Beispiel den Gegner-Find-Ausspiel-Mod nicht. Betten, du hast den noch nicht mal. Doch, ich habe jetzt drei Monster-Loti, also muss aber einer dafür sein. Drift mir, rush durch, ich habe gar keine Money mehr und so weiter. Oh, kacke. Alter, das ist ja so ähnlich wie ein Smoker. Wo stirbst du? Oh nein! Ich habe den einen verlangsamt, den Ultraheiler. Ich kümmere mich um den Ultraheiler. Alter, da sind ja die ersten Missionen Pippi-Fack dagegen. Und da kommt noch mehr, und da kommt noch mehr. Ist klar, ist klar. Hier ist ein Ultraheiler, ist klar, ist klar, ist klar. Und ich bin in den Kordel in den Kopftop gesprungen. Ist das ein Ultraheiler oder so? Ja, ein Ultraheiler. Autsch. Die sind einfach, die Ultraheiler. Nicht mit einer Pistole. Wir haben im Skarner. Oh nein, da ist noch einer. Extrationspunkt, bitch please. Bitte was, du bist schon da? Ja. Ah, ich habe einen Mini-Mod und du nicht? Ha, du Opfer. Ich habe doch einen Mini-Mod bekommen. Ha, 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 ha. Zurück, Sami, Mann. An der Tür, ganz da hinten. Nein, der Extraktionspunkt geht nicht weg, ne? Ach so, man kann ihn ja neu starten bisher. Ich gebe dir eine Minute. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich habe ihn. Ich sehe ihn. Warte, nein. Lass uns doch diesen Gift-Typen ausschalten. Noch kurz so am Ende ein bisschen leveln. Ja, und er schickt seine Schergen los. Ja, der Extraktionspunkt geht gar nicht weg. Äh, doch. Nein, kein Mod, okay. Gut, ich komme. Waffe wechseln. Oh, ich habe 20 Muni dafür. Boom, wir haben es geschafft. Ja, Mann. Alter, wie viele Mods? Junge. Rifle-Mods zweimal. Der Purax-Mod. Loki-Mod. Warframe-Mod. Alter, Warframe-Mods habe ich zwei. Millie-Mod habe ich auch zwei. Rifle-Mod. Pistol-Mod. Alter, was geht denn ab? Boah, also das war mal wieder eine spannende Folge. Auf jeden Fall. Soll ich andeuten, dass du sie beenden willst? Ich habe mehr Kopftreffer wie du. Ja, ich habe mehr zugefüßter Schaden. Ich habe mehr Nahkampf. Alter, 26. Ich habe mehr Wiederbelebung. Guck, dir ist doch mal insgesamt getötete 127. Und du? Und du 36. Ich höre dich gar nicht, bla, bla, bla. Ich höre dich nicht, da, da, da. Ich höre dich nicht, da, da, da. Wenn ich höre dir gar nicht zu. Schön. Äh, wo mache ich denn? Weiter. Ich glaube, da oben Magazin, ja, an, warte. Das ist, das ist Eisschaden. Das ist Clip und das ist auch noch mehr Eisschaden. 5,4, 1,6. Aber Pistol benutze ich auch, da will ich nicht jetzt hier gerade irgendwas Unsinniges ausgeben. Kritische Chance. Damage, okay. So gut ist es jetzt nicht. Was haben wir denn hier so alles? Hallo? Passiert mich nicht. Panzerbrechender Schaden. Alter. Okay, dann würde ich mal sagen, das war es mit der Folge. Die ist jetzt auch vorbei. Dann, ähm, viel Spaß noch und schönen Tag noch. Tschüss. Imperator. Höchst du CAD, ich weiß. Das ist OP, das ist, was ich. Ausatmen. Oh, die ist nicht so schön. heizlementen.